But I'm weak and what's wrong with that? Boy oh boy I love it when I fall through that I'm weak and what's wrong with that? Boy oh boy I love it when I fall through that Herzlich willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es das Belohnungspack, welches man eben bekommt, wenn man diese ganzen Team of the Season SPCs gemacht hat. Ihr wisst ja, es gab davon 6 Stück und ich habe leider nur 5 Stück abgeschlossen. Das eine Mal habe ich es einfach versäumt die SPC zu machen. Deswegen bekomme ich ein 100k Pack. Alle die 6 Challenges gemacht haben, also die alle abgeschlossen haben, bekommen ein 125k Pack. Jungs, wir gehen hier auf jeden Fall mal mit X weiter und ihr seht hier schon, neuer Controller ist da. Ja, richtig, richtig schöner Controller, finde ich auf jeden Fall in weiß. Ich dachte mir, ich gönne mir da einfach mal einen. Falls der andere kaputt geht, dann habe ich den beziehungsweise falls der kaputt geht, habe ich den anderen. Ich denke mal, ihr wisst schon, wie ich das meine. Und ihr seht, ich habe 4 Packs am Start. Wir werden allerdings nur das eine Pack hier heute öffnen. Bei den anderen Packs werde ich auf jeden Fall mir noch was einfallen lassen oder die einfach auch nur so als Video dann einfach öffnen. Das muss ich mir noch genauer überlegen. Und ja, Freunde, ich bin gespannt, welchen Spieler wir in diesem Pack ziehen werden. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Karte ihr gezogen habt und welches Pack ihr hattet. Also so einfach mal 125 K-Pack und dann so ein Bindestrich oder so und dann dahinter Lionel Messi, Team of the Season. Ja, das wäre natürlich das Allerbeste. Man kann ja immer noch das Best auf Team of the Season ziehen. Ich bin gespannt. Wir drücken drauf in 3. Wartet. So, Packer-Lakut ist auch da. 3, 2, 1, Go! Ah, es ist kein Walkout. Scheiße. Alter. Alter. Oh mein Gott. Fonte im 100 K-Pack. Wie scheiße ist das bitte? Ein paar 83er, sehr viele 82er. Die kann ich natürlich alle für die Challenges gut gebrauchen. Martial ist ja auch noch am Start. Den tausche ich nochmal kurz mit dem anderen. Ja, es ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Ich dachte jetzt eigentlich, dass da ein Walkout oder so drin ist. Aber komm, Jungs, wir öffnen noch eins von denen hier. Wir öffnen noch eines von denen hier. Das ist untauschbar, das Pack hier. Und ich überlege gerade, was wir für ein Pack machen sollen. Wir machen einfach jetzt wirklich ganz, ganz klassisch ein Nose-Pack. 3, 2, 1, Go! Es ist wieder kein Walkout. Oh mein Gott. Es ist wieder kein Walkout. Wie scheiße ist das? Das ist Boo! Das ist Boo im Pack. Der ist ja mal absolut scheiße. Und ich will euch so ein Pack-Opening nicht abliefern, Jungs. Ich will euch so ein Pack-Opening nicht zeigen, sag ich mal. Wir machen weiter, ja? Wir machen weiter. Wir packen das alles in ein Video. Ich denke, das ist ganz cool für euch. Komm. Wir machen jetzt ein... Was machen wir? Ein... Ein Glas-Pack. Ein Glas-Pack. So. 3, 2, 1... Und bitte Walkout. Bitte Walkout. Yes, Baby! Es ist ein Walkout. Es ist ein Walkout. Komm, komm, komm. Komm, bitte. Bitte, 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 bitte. Was ist das? Das ist... Ob... Nee. Alter, ich dachte, es ist Oblak. Oh mein Gott. Chuba. 90er... Ah, 89er Rating. Sau gute Werte. Aber leider ist der halt auch safe nichts wert, denke ich mal. Und ja, der ist sowieso untauschbar, natürlich. Sollen wir das letzte auch noch öffnen? Das ist ein tauschbares Set. Das hat circa 80.000 Münzen gekostet. Sollen wir es noch öffnen? Komm. Wir öffnen es einfach. Ich hoffe wirklich, dass da ein Walkout drin ist. Ich überlege jetzt gerade wieder, was wir für ein Pack machen. Wir machen ein... Achtung. Wir machen ein Zwei-Controller-Pack, ja. Ich meine, der ist natürlich ausgeschaltet. Wir drücken aber trotzdem bei beiden einfach drauf. Drei. So, ach so. Das sollte ich vielleicht irgendwie hier anders gestalten. Machen wir es so. Drei. Zwei. Eins. Go. Yes, Baby. Es ist nochmal ein Walkout. Das Zwei-Controller-Pack. Ja, komm. Tauschbar. Der ist Walkout. Das ist ein Walkout. Der ist Walkout. Alles klar. Den kann man verkaufen, wollte ich sagen. Das ist Deutschland. Oh, nein. Ich dachte, es ist neu. Ich dachte, es ist neu. Alter, wie viel Pech haben wir? Wir haben zwar zwei Walkouts, aber einfach nur scheiß Spieler drinnen. Nein. Nein. Baumann ist halt echt Null wert. Der ist Null wert. Der ist wirklich nichts wert. Scheiße, Mann. Schade, 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 Jungs. Das war es auf jeden Fall jetzt heute mit dem heutigen Pack-Opening. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, falls wir 400 Likes auf dieses Video packen würden. Wir sehen uns im nächsten Video. Und... Tschau. 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 Tschau.